Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Setzt euch zu uns an den Tisch und spielt mit uns eine Runde Dungeon & Dragons Ehre unter Dieben. Ich bin sozusagen der Spielleiter dieser Besprechung und an meiner Seite der Mann, der sämtlichen Gefahren trotzte, wie wild um sein Leben würfelte und den Film für euch bereits vorab sehen konnte. Hallo Stu! Hallo, ich bin der Stu und ich gehe direkt über Los und ziehe keine 4000 Mark rein. Ist das falsches Spiel, oder? Ich glaube schon, ich habe mich nämlich gerade gefragt, aber du kannst mir hier eigentlich alles verkaufen. Meine einzigen Berührungspunkte mit Dungeon & Dragons sind diese vielseitigen Würfel. Da hatte ich mal ein Set davon, ohne wirklich zu wissen, dass das dazugehört. Und ich hatte auch so ein Spielleiter-Handbuch, das habe ich aber verschenkt, weil ich es nie gespielt habe. Stu, wie sieht es denn bei dir aus? Ich würde so gerne das mal spielen. Also nicht unbedingt Dungeon & Dragons, aber es gibt ja so viele von diesen Rollenspielen. Und ich habe es aber noch nie gemacht. Also in meinem Bekanntenkreis ist das alles überhaupt gar kein Thema. Ich hatte mal die Möglichkeit, online da irgendwie mitzumachen. Das war so in der Corona-Phase, aber das hat mich so erschlagen, so ein Regelwerk war das. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Es war nicht Dungeon & Dragons, ich glaube, es war mehr Science-Fiction orientiert, was ich da gespielt oder spielen sollte. Und dieses Regelwerk hat mich so erschlagen. Und das waren auch alles nur Leute, die das irgendwie schon seit 20 Jahren spielen. Und da kam ich aber nicht rein. Aber ich habe tatsächlich, also ich würde es sehr gerne mal machen. Es reizt mich sehr. Ja, aber ja, wie ihr es schon an meiner, ich sage es mal, Begrüßung gehört habt, ich habe es noch nie gemacht und ich kenne mich auch nicht aus. Und ich hatte einmal so einen mehrseitigen Würfel in der Hand und ich war so fasziniert davon, weil für mich waren Würfel bislang immer 1 bis 6. Und das war es. Aber das war wirklich ganz neu. Ich war fasziniert von diesen, weiß ich, 12-seitigen Würfeln. Das war Wahnsinn. Ja, bis zu 20. Ich hatte, glaube ich, so einen, da waren wirklich von 1 bis 20 oder so, stand da alles drauf. Ja, das ist schon sehr faszinierend. Aber bevor wir jetzt hier in die Würfel-Diskussion abgleiten. Dungeon & Dragons, wieder eine Filmung dieses Beals. Es gab schon mal eine Anfang 2000 oder irgendwie so. Ja. Hast du den Film geschaut? Ja, ich habe ihn geschaut. Man sagt ja auch, dass der vielleicht auch mit dafür verantwortlich ist, warum sich jetzt über 20 Jahre lang kein Studio getraut hat, diese Marke anzufassen. Denn das war halt wirklich damals, also es war ein kommerzieller Flop. Das ist okay. Es passiert ja in den besten Filmen, dass sie kommerziell scheitern. Aber der war auch künstlerisch. Wirklich eine Bankrotterklärung. Ich habe den damals gesehen und der ist wirklich, also der ist damals schon schlecht gewesen. Und ich glaube, wenn man den heute anguckt, dann denkt man sich so, holler die Waldschwebe, was war denn da los? Aber, also ich kann verstehen, auch wenn ich jetzt im Franchise nicht drin bin, warum so viele Fans den wirklich abrunde fassen. Weil der ist wirklich schlecht. Furchtbar schlecht. Und als jetzt dieser Neue angekündigt wurde, war auch mein erster Gedanke, uha, hoffentlich geht es besser aus wie 2000. Ja gut, das war mein Gedanke, nachdem ich den Trailer zu diesem Film hier gesehen habe. Aber wir fangen mal am vorne an und vielleicht frage ich dich erst mal, worum geht es denn jetzt in diesem Film? Im Groben gesagt, um eine Gruppe von Dieben und Kämpfern, die sich zusammentun, um eine Bedrohung auszumerzen. Chris Pine ist der, sozusagen der Hauptheld, das ist eine Barde, der hat seine Tochter verloren an einen ehemaligen Freund und versucht nun halt diesen ehemaligen Freund zum einen zu berauben und zum anderen seine Tochter wiederzubekommen. Und unterstützt wird er davon, von seinen Freunden und Gefährten. Es ist eine sehr klassische Geschichte, würde ich sagen. Es ist so ein bisschen Fantasy meets Heist-Movie. Und ist das dann auch so eine bunt zusammengewürfelte Gruppe an Figuren? Ja, ja, total. Also zu Beginn haben wir halt Chris Pine und Michelle Rodriguez, die beide so das abspulen, was sie am besten können. Also Michelle Rodriguez ist so diese toughe Frau, die vor nichts Angst hat und jeder Gefahr lachend entgegenblickt. Und Chris Pine ist halt so der Schambolzen, der halt eben mit den flotten Sprüchen, aber auch mit der einen oder anderen schnellen Faust halt auch sich durchs Leben schlägt. Und dann kommen noch nach und nach andere hinzu. Es kommt ein Zauberer hinzu, Simon, gespielt von Justice Smith, der Talent hat, aber sein Talent noch nicht ganz, noch nicht wirklich ausgearbeitet hat, was zu einigen lustigen Situationen führen. Dann haben wir noch eine junge Dame namens Story gespielt von Sophia Lillis. Das ist eine, ich habe es vergessen, aber sie kann sich in Tiere verwandeln, unter anderem auch in so komische Wesen wie eine, wie eine Bäreule. Sehr kurios. Und dann haben wir noch der von, jetzt muss ich aufpassen, Jean-Rége Pache oder der Typ aus der ersten Stadt von Bridgerton, ihr wisst, was ich meine, den Hugh of Hastings, Dietz Simon. Der ist auch kurz dabei als Edler Ritter und dann haben wir noch Hugh Grant als Schurke. Ich habe jetzt mehrmals, wo ich mich hier kurz auf dieses kleine Gespräch vorbereitet habe, im Internet gelesen, es wäre so ein bisschen eine Fantasy-Version oder so ein bisschen auch so von der Kopierung her Richtung, also jetzt nicht komplett vergleichbar, aber in Richtung Guardians of the Galaxy. Wie ist denn die Chemie zwischen den Abenteurern, die da im Vordergrund stehen? Es ist wirklich lustig, weil als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, hey, das ist ja auch so ein bisschen wie Guardians of the Galaxy. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde die Chemie zwischen diesem Heldenteam, das letzte Mal, dass ich so eine gute Chemie in einem Blockbuster gesehen habe, war bei Guardians of the Galaxy. Also ich finde, die Chemie war für mich eines der Hauptgründe, warum ich da trotz einiger Längen, das muss man sagen, wirklich Längen, wirklich über zwei Stunden sehr bespaßt war und hatte wirklich eine gute Zeit. Weißt du, kennst du das? Du blickst zurück auf einen Film und der hat bestimmt ganz viele total epochale und imposante Szenen, die du dich zurückerinnern kannst, aber du erinnerst dich der meiste Zeit nur daran zurück, wie die Figuren miteinander interagiert haben. So eine Art Film ist Dungeons & Dragons. Und ist er denn in seiner ganzen Art jetzt mehr ein Fantasy-Abenteuer oder mehr, wie es jetzt vielleicht auch im Trailer durchgeklungen ist, doch eine Fantasy-Komödie? Ich hatte damit gerechnet, dass das mehr Komödie als Fantasy ist, muss jetzt aber sagen nach der Sichtung, ich finde, es hält sich sehr gut die Waage. Sie halten es wirklich so, dass sie die Fantasy-Welt durchaus ernst nehmen. Es gibt auch wirklich ein paar Momente, wo ich dachte, okay, es erinnert mich gerade ein bisschen an Herr der Ringe, ohne jetzt wirklich die haptische Qualität des Herr der Ringe zu erreichen. Der ist dann doch noch eine ganze Spur oben drüber. Aber tatsächlich, sie nehmen die Fantasy-Welt ernst, haben aber eben auch keine Scheu, Witze drüber zu machen. Aber diese Witze passen halt zu dieser Fantasy-Welt. Wenn ein Magier zum Beispiel Witze darüber macht oder über den Magier Witze gemacht werden, dass er kein guter Magier ist, dann klingt niemals damit ein so, ja, ja, aber Magier, das kann es ja eh gar nicht geben. Nein, es wird als realistisch gesetzt, was gezeigt wird in diesem Film und das ist das Schöne daran. Also er macht sich viel über Sachen lustig, aber er macht sich nie über seine Welt lustig und ich glaube, das ist schon viel wert. Okay, und äußert sich denn das dann auch in der Inszenierung von dieser Welt, also wie das zum Beispiel alles aussieht oder so? Also da muss ich auch sagen, im Trailer sahen jetzt einige Shots schon so ein bisschen schwierig aus. Wie ist das dann in dem Film? Ja, tatsächlich ist das auch so eines der Schwachpunkte. Ich finde, dass der fertige Film weitaus besser aussieht als das, was er mit dem Trailer sieht, aber man kann nicht verleugnen, es gibt wirklich einige Szenen, einige Einstellungen. Da schreit einem einfach so dieses so, ich komme aus dem Rechner entgegen. Es gibt im Gegensatz dazu aber auch natürlich immer wieder ein paar schöne Momente. Was ich zum Beispiel total gefeiert habe, ist wirklich eine der allerersten Szenen. Wenn dir dann so ein Monster präsentiert wird und dieses Monster sieht halt wirklich aus wie so ein Ork aus dem Herr der Ringe und das fand ich so schön. Aber es gibt immer wieder auch so, in Anführungszeichen, so echte Fantasy-Elemente und echte Momente, wo du merkst, okay, das sind jetzt wirklich Puppen, das ist jetzt wirklich Make-up, das ist jetzt nicht alles CGI. Aber man muss leider sagen, wenn man erhofft hat, dass dieser Film, und ich sagte es gerade eben schon mal haptisch wirkt, das tut er weitestgehend nicht. Okay, wie schlägt sich denn in diesem ganzen Film Hugh Grant als Bösewicht? Ich muss, also Gott, ich hoffe meine Mutter hört das nicht, weil meine Mutter ist ja großer Hugh Grant-Fan. Ich fand Hugh Grant... Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße. Ich fand Hugh Grant früher immer ganz schaman, ganz nett, war nie jemand, der mich besonders begeistert hat, aber er war halt da, er war okay. Dann gab es so diese Phase, wo ich ihn einfach nicht mehr sehen konnte, weil es halt immer das Gleiche war. Und ich habe das Gefühl, dass er so in den letzten zwei, drei Jahren ein paar Rollen angeboten bekommen hat, ob die auch Bock hat. Und dazu zählen auch Bösewichte, zum Beispiel auch jetzt zuletzt in Operation Fortune von Guy Ritchie. Alles so Filme, die jetzt keinen großen Bäume ausreißen, aber wo ich gemerkt habe, das macht ihm Spaß. Und ich finde, Hugh Grant hat ja in dem Film eine besondere Position, weil er ist ja nicht nur der Bösewicht, es ist ja auch ein Franchise oder ein Genre, das mir eigentlich relativ fremd ist. Also mir fällt jetzt spontan kein einziger Fantasy-Film ein, in dem Hugh Grant mitspielt. Man könnte jetzt argumentieren, Paddington 2 ist ein Fantasy-Film, aber naja. Und ich finde es so toll, weil ich finde, man merkt, dass Hugh Grant komplett nicht weiß, was er da eigentlich machen soll. Man merkt, er wirkt wie so ein Fremdkörper, aber auf eine gute Art. Es macht unglaublich Spaß, Hugh Grant zuzugucken als Bösewicht, weil es ist halt immer noch Hugh Grant. Das heißt, es ist jetzt kein Bösewicht, der irgendwie mit theatralischen Gesten da redet und allen den Tod wünscht. Schnee ist halt immer noch dieser quirkige, britische Typ. Ja, aber er macht das wirklich gut und es hat mich erstaunt, wie viel Spaß ich damit hatte, ihm zuzusehen, wenn er da durch diesen Palast da rumgurkelt und man hat immer das Gefühl, er weiß eigentlich gar nicht, was er hier soll. Aber ich fand's toll. Okay, vielleicht alles in allem. Eine gelungene Partie Dungeon & Dragons, also wahrscheinlich habe ich jetzt schon rausgehört, gelungener als der Film von 2000. Das war aber auch nicht so schwierig. Aber auch so ein gelungener Film, vielleicht auch fürs Kino, vielleicht kannst du da noch was zusagen. Also, es ist eine klassische Geschichte, würde ich sagen. Es ist ein Film, der sehr deutlich dieser Dreieckstruktur unterliegt, was ich jetzt nichts Schlimmes finde. Er sieht gut aus, trotz halt eben seiner sichtbaren Natur aus dem Rechner und er macht so viel Spaß, zumindest mir hat er so viel Spaß gemacht, dass ich zumindest den Kinobesuch nicht bereue. Und ich mir durchaus vorstellen könnte, den vielleicht jetzt, wenn er am 30. starte, 30. März, ihn nochmal mit Freunden zu gucken. Ich weiß nicht, Gugu, du kannst dich jetzt schlecht in einen Dungeon & Dragons-Spiele hineinversetzen, aber denkst du aus deiner Perspektive, mit dem werden auch Fans eher zufrieden sein? Oder sagst du, das ist vielleicht dann doch ein Film für die Blockbuster-KinogängerInnen? Mir wurde zugeteilt, dass einen Tag, bevor ich den Film gesehen habe, dass es da ein Fanscreening gegeben haben soll. Und da sollen die Leute wohl wirklich total begeistert gewesen sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht, das ist jetzt Hören und Sagen. Ich von meiner Seite aus kann so viel sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass mir der Film andauernd immer irgendwelche Verweise vor die Nase klatscht. Aber ich kenne mich auch nicht aus. Ich weiß aber noch, einige von euch kennen es vielleicht noch, diesen Warcraft-Film, Universal, der vor ein paar Jahren rauskam, glaube ich 2015 oder so war es. Und ich habe auch nie Erfahrung mit Warcraft gehabt, aber bei dem hatte ich immer das Gefühl, da sind alle drei Minuten minimum eine Referenz an das Spiel. Und bei Dungeons & Dragons hatte ich das nicht. Natürlich sind da Referenzen drin, die ich nicht erkannt habe, aber wenn ich in dem Vorfeld nichts davon gelesen hätte, hätte ich niemals herausbekommen, das ist ein Film, der auf einem bekannten Spiel oder Franchise basiert. Und ich glaube, das ist heutzutage doch schon was wert. Ja, durchaus. Dann danke ich dir, Stu, dafür, dass du kurz hier deine Meinung zu Dungeons & Dragons Ehre unter dieben kundgetan hast. Ab dem 30. März 2023 in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich auch bei euch, liebe ZuhörerInnen, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.